Letztes Mal beim Ketzer-Podcast. Also hier würde ich jetzt gerne mal mit meinem Beitrag kommen. Christian, du hattest ja gesagt, ich habe den Boden eigentlich schon gut vorbereitet. Christian sagte ja zuletzt, er hat sich überlegt, wozu will man eigentlich so ein Chaos und Tod, Mord und Totschlag und Leid verursachen. Und da gibt es jemanden, der sich auch diese Frage gestellt hat, nämlich Robert Pape wird Pape geschrieben. Also wie Pape, nur mit zwei P, eins am Anfang, zwei, eins nach dem A, Robert Pape, Pape. Der hat sich zwei, also unpraktisch nach den Anstrengungen vom 11. September, hat der angefangen, sich mit Selbstmordterrorismus zu beschäftigen. Also nicht Terrorismus allgemein, sondern speziell Selbstmordterrorismus. Und der hat mit seinen Studenten eine Datenbank erstellt mit allen. Also die haben international, also auch Leute, die verschiedene Sprachen sprechen, haben die die Medien durchkämmt mit Nachmeldungen über Selbstmordattentate. Und die haben eine Datenbank, die gibt es auch im Internet, ich glaube, die wird auch aktualisiert, mit allen Selbstmordattentaten seit 1980. Also vorher gab es wohl auch keine Selbstmordattentate. Und ich bin auf dieses Buch gekommen, er hat seine Sachen natürlich dann veröffentlicht, leider auch durch Alastair McGrath mit seinem Dawkins Delusion, weil Dawkins bringt ja auch diese These, das ist wirklich ein wichtiger Bestandteil in einem Gotteswahn, dieses Kapitel mit den Selbstmordattentätern, dass halt, wenn du den Leuten erzählst, dass es ein Paradies gibt und so weiter und dein Gott ist besser als andere, dass du natürlich den Nährboden schon bereitest dafür, dass dann tatsächlich sich nachher irgendwelche in die Luft sprengen. Du brauchst ja auch nicht sehr viele davon. Ich hatte auch, wir hatten doch schon mal irgendwann dieses Thema neue Admiralskala. Das kurz zusammengefasst, das hatte jemand, der kennt natürlich nicht unsere Admiralskala, aber der sagt praktisch, wenn du die Leute irren Schwachsinn glauben machen willst, dann musst du die praktisch erst mal mit nicht so irren Schwachsinn anfixen. Und dann hast du quasi so eine Leiter. Am Anfang hast du nur so, ja, Gott hat dich lieb und so weiter, aber es gibt natürlich keinen Grund für Gott. Und dann geht das praktisch wie bei unserer Admiralskala immer weiter bis zum Hardcore-Gläubigen und bis zum Selbstmordattentäter. Und das ist auch so ein bisschen die Argumentation, die Dawkins bringt. Die moderaten Gläubigen, die züchten natürlich jetzt erst recht nicht absichtlich Selbstmordattentäter, aber die lehren natürlich den Nährboden. Wenn du erst mal anfängst, an unbegründete Sachen zu glauben oder an widersprüchliche Sachen, dann kannst du nachher eben überall enden. Das weißt du dann vorher nicht. Alistair McGrath hat natürlich wirklich verzweifelt versucht, irgendwas zu finden, was er gegen Dawkins bringen kann. Und hat sich natürlich gleich auf diese Studie gestürzt, die dann 2003, glaube ich, das Buch ist, glaube ich, von 2006, aber die ersten Ergebnisse waren von 2003, rauskam. Und Robert Pape hat halt festgestellt, dass Religion weder notwendig noch hinreichend ist, um Selbstmordattentäter zu produzieren. So, das wollte ich natürlich auch erst nicht wahrhaben. Und dann habe ich im Internet recherchiert. Also vieles kann man im Internet schon finden. Und da wurde beispielsweise gesagt, dass alleine der Umstand, dass konzertierte Selbstmordattentate stattfinden. Also es geht jetzt nicht, das muss man auch wissen, wenn man über diese Studie spricht, es geht jetzt nicht um Einzeltäter, sondern nur Selbstmordattentäter, die Teil einer Organisation sind. Also dadurch fallen aber jetzt religiöse Irre, so wie dieser, wie heißt der, Baruch Goldstein, glaube ich, der in so einem Massaker, der hat irgendwie Palästin oder Araber beim Beten erschossen und ist dann von den Arabern auch erschlagen worden oder umgebracht worden. Also es war auch ein Selbstmordattentäter, weil er das geahnt hat, dass er dabei drauf geht. Hat auch einen entsprechenden Abschließbrief wohl hinterlassen. Die fallen raus. Aber der Umstand, dass diese Attentate orchestriert werden, also beispielsweise wie beim 11. September, wie in London oder jetzt auch wie in Paris. Das sind ja keine Einzeltäter, die sagen, oh, jetzt heute habe ich mir schlechte Laune, jetzt bringe ich da mal ein paar Franzosen um. Das führt natürlich automatisch dazu, dass diese Attentate einen strategischen Zweck erfüllen müssen. Denn sonst fände sich keine Organisation, die solche Kampagnen fährt und die unterstützt und die finanziellen Mittel auch bereitstellt. Du brauchst ja eben nicht nur die paar Selbstmordattentäter, du brauchst ja Spender, praktisch Geldgeber, Leute, die das organisieren. So, und dachte ich, ja, okay, gut. Also, dass das die, achso, vielleicht sollte ich das an der Stelle sagen, der hat jetzt geguckt, was sind halt die Ziele. Und das ging los irgendwie im Libanon, da haben die das mal ausprobiert mit Selbstmordattentätern. Und ich habe vorhin noch ein YouTube-Video von dem Robert Pape gesehen, das ist von März 2015. Also, geht auch konkret um den IS. Aber losging das mit den Selbstmordattentaten, das haben die im Libanon mal irgendwie ausprobiert, die wollten die Amis da vertreiben. Und dann haben sie mit einem Selbstmordattentäter irgendwie 270 Marins weggesprengt. Das ist natürlich militärisch, also der Robert Pape sagte auch selber, wenn du ein Marien draufgehen lässt, der tötet vielleicht dabei fünf andere. Und das ist einer, der praktisch jahrelang darauf trainiert wurde, so eine Art Killer-Maschine zu sein, und der sich selber opfert. Das war natürlich vom Kosten-Nutzen unschlagbar. Dass Selbstmordattentate reizvoll macht, aus strategischer Sicht ist, dass die sehr effektiv sind. Du kannst mit einem Selbstmordattentäter viel mehr Leute mit in den Tod reißen, als wenn du dich da auf Distanz hältst. Und der andere Grund, warum Selbstmordattentate immer wieder kommen, ist, dass die funktionieren. Die Amerikaner sind dann irgendwann, auch die Franzosen wohl aus dem Libanon abgezogen. Und dann haben sich die Familientiger das angeguckt und haben dann auch angefangen, Selbstmordattentate zu machen. Ob es bei denen funktioniert hat, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich ist es so, Selbstmordattentate funktionieren, sind praktisch so ein letztes Mittel, mit dem du ja durchschlagenden Erfolg hast. Und also er hat sich all diese Konflikte angeguckt. Da gibt es noch die Kurden, PKK, dann gibt es in der Ukraine, gibt es was. Also das kann man alles im Internet nachlesen oder in dem Buch. Dying to Win heißt das. Der Grund ist immer, dass ein Homeland, also ein Heimatterritorium, dass die Täterorganisationen als das ihre betrachten, von anderen Truppen besetzt ist. Und diese Logik zieht sich wirklich überall durch. Und sobald du das hast, kriegst du halt diese Selbstmordstrategien. Das ergibt sich wahrscheinlich automatisch daraus. Wenn du die mit einem normalen Krieg bekämpfen könntest, dann würden die das auch so machen. Nur wenn du natürlich die Amerikaner da hast, die sind in allem überlegen, dann bleiben dir sozusagen nur die Selbstmordattentäter, ich will das nicht rechtfertigen, sondern nur so die Logik, wozu das kommt. Und du brauchst natürlich auch ein Motiv, das sozusagen den Selbstmordattentäter transzendiert. Und da ist es nun mal so, das schreibt ja auch Dawkins in seinem Buch, das Patriotismus ist praktisch da fast auf der gleichen Stelle wie Religion. Weil du brauchst ja irgendwas, was sozusagen, wenn du dich selbst schon opferst, dass zumindest deiner Gruppe zugute kommt. Und wahrscheinlich gibt es dann nicht viele Konflikte, die so dauerhaft und so massiv eine ganze Gruppe betreffen können, wie wenn dein, was du als dein Heimatland betrachtest, besetzt ist. Aber dann funktioniert das Ganze auch säkular. Es wird dann immer gerne gesagt, auch von Apologeten, die sich, wie gesagt, dann natürlich gleich auf diesen Pape gestürzt haben, weil der das sehr deutlich sagt, dass die Religion da nicht die Rolle spielt, die man normalerweise denkt. Also ich sage das hier jetzt auch nicht, weil ich die Religion schön oder entlasten will. Das nimmt man mir hoffentlich ab. Sondern ich sehe das Problem, gerade weil wir Atheisten natürlich dann immer deutlich machen, dass es doch was mit Religion zu tun hat. Der Grund für die Selbstmordattentate scheint woanders zu liegen. Und wenn wir jetzt selber davon ablenken, was der eigentliche Grund ist, dann werden wir natürlich diese Selbstmordattentate nie los. Da sage ich gleich noch mehr zu. Also mir ist nur deutlich, das ist jetzt nicht sozusagen, um von der Religion abzulenken, sondern auf die richtige Ursache hinzulenken. Christian hat es ja auch angesprochen. Das treibt Leute dazu. Ja, aber die Pariser Anschläge, die gingen eben nicht darum, dass Frankreich besetzt ist. Nein, warte, 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 warte. Das erkläre ich gleich alles. Das fügt sich alles schön zusammen. So, und jetzt meine ich, die Tamilentiger sind jetzt nicht so ein tolles Beispiel, weil das sind halt Hindus. Und Hindus, die glauben halt nicht an ein Paradies, sondern du wirst halt als Inder wiedergeboren. Das ist jetzt vielleicht nicht so verlockend, dass du dich deswegen in die Luft sprengen würdest. Aber die machen dann, also wie beim normalen Militär auch, dann kriegst du irgendwie so eine nachzeitliche Ehrung oder so ein kleines Denkmal oder zumindest so ein Altar und wirst ganz doll verehrt und deiner Familie geht es im Zweifel noch gut. Also du brauchst nicht unbedingt jetzt noch so ein Paradies mit den Jungfrauen. Also das lässt sich ja eben einfach zeigen, dass es, es gibt dann auch welche, die sind dann vielleicht religiös, also im Libanon gab es glaube ich, weiß nicht, Muslime und Christen oder so, aber die sind letztlich säkular. Das hat mich dann tatsächlich überzeugt. Also jetzt muss man schon sagen, die Religion greift dann in dem Moment doch wieder, nicht, dass sie jetzt die Selbstmordattentäter hervorbringt oder zwangsläufig oder es die benötigt wird. Aber dass sich dieser Konflikt mit der, man könnte ja beispielsweise sagen, wir als Deutsche sind ja auch nach dem Krieg jahrzehntelang besetzt worden. Ich weiß nicht, ob wir es offiziell noch sind. Durch die Amerikaner. Aber der Konflikt wird natürlich extrem verschärft, wenn die Besatzungstruppen noch eine andere Religion haben. Ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Also Pape sagte selber in seinem Vortrag, den wir vorhin angeguckt haben, wenn man sich jetzt vorstellen würde, dass die Chinesen irgendwie mal 50.000 Truppen in den USA stationieren würden. Und Obama würde unterschreiben, ja, das finde ich super. Und dann würden die Chinesen sagen, na gut, die jetzt auch schon mal hier sind. Da müssen wir natürlich so ein paar kleine gesellschaftliche Änderungen vornehmen. Da würden die Amerikaner wahrscheinlich auch zu den Waffen greifen. Brauchen sie ja nicht lange zu erreichen. Also jedenfalls, Pape sagt, und wenn man das bestreiten will, dann müsste man halt nie eine bessere Theorie haben. Das ist der Ausschlag dem Grund für praktisch alle Selbstmordkampagnen. Und jetzt das Buch, ich habe mir das dann besorgt, und zwar noch vor den Attentaten, weil ich das ja aufgrund der Dorcanskritik mir besorgt hatte. Das kam irgendwie an, und zeitgleich war dieser Anschläge in Paris. Und dann interessierte mich natürlich, wie ging das jetzt weiter nach 2003? Und da habe ich beim IS gegoogelt, genau das gleiche Ding. Oder Al-Qaida. Die sind, glaube ich, noch bei ihm mit drin. Das Problem, das wird auch in diesem Vortrag super erklärt, die Amerikaner waren halt nicht auf der arabischen Halbinsel bis zum ersten Irak-Krieg. Dann haben sie sich da breit gemacht und sind nicht wieder weggegangen. Und das hat dann, Pape zufolge leuchtet auch ein, dann diesen ganzen Terrorismus praktisch hervorgerufen. Und der Golfkrieg, der war irgendwie 1990. Dann hast du halt zehn Jahre Zeit gehabt, und dann gab es 9-11. Und beim IS genau das Gleiche. Wollte ich natürlich wissen, diesen Vortrag habe ich ja gerade eben erst gesehen, dann dachte ich so, IS, wie ist das da? Genau das Gleiche. Die wollen, ich glaube auch, die Amerikaner oder was, jedenfalls auch, wir haben ja ihr Territorium und so weiter und wollen irgendwelche Besatzer vertreiben. Und in dem Vortrag wird das noch deutlicher. Pape sagt nämlich, dass der islamische Staat, weil ich habe es mir aufgeschrieben, ist im Prinzip eine sunnitische Revolte gegen schiitische Regierungen. Deswegen bringen sich da wahrscheinlich auch alle, was für uns jetzt so Muslime sind, die sich gerade mal gegenseitig umbringen, da scheint auch wieder der Wahnsinn irgendwie Methode zu haben. Und jetzt sagt Pape, ja, es hilft dann vielleicht nicht unbedingt, wenn man sich jetzt auf die schiitischen Nachbarregierungen verlässt, um jetzt da den Widerstand sozusagen gegen den IS zu finanzieren, weil das natürlich genau dieser Mechanismus ist, der diesen Konflikt überhaupt erst produziert. Und ein anderer wichtiger Punkt ist, dass diese Selbstmordattentate nur gegen, oder ganz überwiegend, gegen demokratische Regierungen eingesetzt werden. Na klar, wenn du jetzt das bei den Chinesen machst, denen geht das wahrscheinlich am Arsch vorbei der Regierung, wenn du da ein paar Leute wegsprengst. Ich habe jetzt schon eine ganze Menge von Gegenpunkten. Ich weiß gar nicht, ob ich es noch behalten kann. Ja, ich auch. Gut, das passiert mir ja auch dann nicht. So, aber jetzt um Paris. So, irgendwann haben die Franzosen halt da mitgemacht in Syrien und IS bekämpfen. Und daraufhin gab es jetzt diesen Anschlag. Das heißt, alles, was der Pape sagt, also was er 2003 schon rausgefunden hat und auch, wie es nachher weitergeht, das fügt sich wirklich alles in dieses Bild. Und ich bin natürlich schon, also ich sehe das Problem jetzt mit der Religion gerade darin, wenn es eigentlich nur darum geht, du hast so ein Heimatterritorium, dann hast du irgendwie nur eine begrenzte Zahl von Leuten, die sich dafür interessieren, weil die allermeisten Leute auf der Welt halt von irgendwo anders her kommen. Aber wenn du das Ganze jetzt mit dem Islam verbremst, erstens kannst du sehr leicht Leute für deinen Krieg konvertieren, denn du kannst ja jetzt nicht praktisch Araber werden oder so. Aber du kannst einfach Moslem werden, indem du konvertierst. Und dadurch kannst du natürlich diesen Konflikt auf die ganze Welt ausbreiten. Also ich sehe das schon sehr, sehr kritisch mit dem Islam und kann mir auch vorstellen, dass es so einen Teufelskreis gibt, dass das immer mehr in den religiösen Wahnsinn abdriftet, aber dann auch von christlicher Seite gegebenenfalls noch unterstützt. Die treibende Kraft hinter Selbstnordkampagnen ist offenbar tatsächlich, dass Länder besetzt sind. Könntest du, ich hatte jetzt zu wiederholen, könntest du vielleicht mal uns mal sprechen lassen. Na gut, okay. Ich erteile euch das. Also erst mal eigentlicher Grund und uneigentlicher Grund, das halte ich für vollkommen albern. Du machst da, oder beziehungsweise Pape macht da eine nicht falsifizierbare Aussage. Wir müssen erst mal unterscheiden zwischen den Gründen, die irgendwelche islamische Staat-Strategen und Taliban-Strategen haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie halt diese sektenartige Rekrutierung stattfindet, wo es gerade eben nicht, die aus dem Heimatland sind, sondern eben Franzosen oder Belgier sind, die dann halt sich in dem Land schon radikalisiert haben. Zweitens ist das selbstwidersprüchlich, wenn du schon sagst, dass das super mit dem Islam zusammengeht. Dann ist das eine Komponente, die, wenn du sie wegnimmst, das nicht funktionieren würde. Also stell dir vor, es hätte sich jetzt zum Beispiel beim islamischen Staat in das Machtvakuum, hier würde ich zum Beispiel auch nicht wirklich zustimmen, da ist ja eher das Machtvakuum, das die Amerikaner hinterlassen haben, nachdem die aus dem Irak weggezogen sind. Gut, da kannst du jetzt immer sagen, du wirst natürlich immer irgendwie sowas wie eine Besatzung finden, und insbesondere beim islamischen Staat, also Sunniten gegen Shiiten, ja, die haben ja sozusagen das Weltkalifat ausgerufen. Also so gesehen ist jetzt die Besatzung, die Besatzung, dass es nicht Muslime gibt, die noch nicht dem, oder dass es Muslime gibt, die nicht dem Kalifat angehören. So, dann gibt es unzählige YouTube-Videos, wie wirklich islamische Staatssoldaten auch mitten im Kampf an der Frontlinie sich in die Luft sprengen und da wird das tatsächlich als taktisches Mittel benutzt. Und ja, das widerspricht der ganzen Besatzungssache ja auch schon wieder. Und eine wichtige Sache wollte ich jetzt noch sagen, die fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Ja, ich kann ja weitermachen. Dann kann ich vielleicht in der Zeit hier konkret drauf eingehen, ja? Okay. Das eine war, ach, jetzt habe ich es auch schon wieder vergessen, es waren zwei Punkte, ich habe den einen vergessen. Der andere ist, ich meine ja auch, wenn die noch, während sie sich in die Luft sprengen, Allahu Akbar rufen, dann kann man das natürlich nicht ignorieren. Aber da ist mir irgendwann klar geworden, leider auch durch dieses Alistair-McGrath-Buch, er hat da so ein Beispiel, das mögen Apologeten ja immer, dass bei französischen Revolutionen, die ist ja nachher auch, da gab es ja ein Jahr diese Terrorherrschaft, wo noch auch jeder geköpft wurde, dass man also auch im Namen von Freiheit üble Verbrechen bringen kann. Wir reden über Selbstmordattentate. Ja, okay, pass auf. So, und da kam mir in den Sinn, dass natürlich das Problem sozusagen sein kann, egal was du machst, du wirst es immer mit dem höchsten Wert rechtfertigen, der in der Bevölkerung zieht. Und das ist nun mal bei Muslimen die Religion, das ist im Westen, sind das Freiheit und Demokratie. Und da gibt es ja auch genug Leute, warte, warte, es gibt ja auch genug Leute, die meinen, dass wenn wir irgendwo hinziehen, also oder der Westen irgendwo hinzieht, oder die Amerikaner, um Freiheit und Demokratie zu verbreiten, und die verüben da irgendwelche Gräuel, dann werden die auch nicht verbreitet im Namen, also vielleicht im Namen von Freiheit und Demokratie, dann ist da sozusagen auch der Auslöser, ist nicht das, was draufsteht, sondern man schreibt sich mal das auf die Fahne, was bei der jeweiligen Zielgruppe am besten ankommt. Ja, die ganzen demokratischen Selbstmordattentäter ständig in den Zeitungen. Und die atheistischen. Darf ich mal was sagen? Ja, wie gesagt, es gibt auch säkulare Selbstmordattentäter. Ja, also erst mal, das Problem, was dieser Pape hat, und der dich offensichtlich im geistigen Stockholmsyndrom hat, mit seinem Buch. Danke. Er hat mich überzeugt. Also ich lasse mich auch gerne wieder anders überzeugen, aber bisher. Pass auf, aber überzeugen fängt damit an, dass wir was sagen dürfen. Und du hast jetzt schon einen sehr langen Monolog gehabt. Das ist so ein Welterklärungsbuch. Das sagt, okay, ich habe jetzt die Lösung, dass Selbstmordattentäter sind das und das. Und solche Welterklärungsmodelle sind in der Regel immer nur ein Teil der Wahrheit. Wobei ich nicht sage, dass sie gänzlich falsch sind. Und jetzt kommt dann ein positives Beispiel nach dem anderen, aber die negativen Beispiele werden nicht aufgezeigt. Also zum Beispiel negative Beispiele sind klassisch die Kamikaza-Flieger. Die sind nicht... Die erwähnt er auch. Ja. Ich habe das jetzt nicht erwähnt. Aber er geht darauf an. Aber Japan wurde nicht besetzt, sondern... Nein, aber die Besetzung drohte. Das war das, was er in diesem YouTube-Video sagt. Ja, dann droht die Besetzung oder die Wohlstandsphäre. Du immunisierst gerade die Theorie, mein Freund. Warte, warte. Du machst sie nicht falsifizierbar. Und jetzt kommen wir zu den deutschen... Ich kann doch jetzt nicht hier das ganze Buch und zehn Jahre Forschung wiedergeben. Und wenn Nico sagt, ja, diese IES-Theoristen, das sind alles Loser, da muss ich doch sagen, das kommt mir eher wie so ein vereinfachtes Welterklärungsmodell vor als der Typ, der hier Obama berät. Die guckst du dir doch an, die Täter. Guck dir an, wie die Schulbildung ist. Und außerdem, meine Loser-Erklärung, erstmal habe ich nicht gesagt, dass die alle Loser sind. Und zweitens behaupte ich noch nicht einmal, dass diese Erklärung hinreichend ist. Wir haben hier ein multikausales System von Eigenschaften. Und jetzt musst du halt das Wegnehmen-Spiel spielen. Du nimmst jetzt eine Eigenschaft weg und guckst, wie hoch ist jetzt noch die Wahrscheinlichkeit, dass da Selbstmordattentate machen. Das ist doch genau das, was Pape gemacht hat. Das ist doch genau das, was Pape gemacht hat. Und dann kommt über 98 Prozent der Attentate, die Religion weg und dann kommt immer noch raus diese Homeland-Geschichte. Das ist genau das, was er gemacht hat. Dann zeig ich mir die säkularen Attentate, Selbstmordattentate. Vielleicht gibt es die momentan nicht, aber du musst doch in der Geschichte gucken und dann guck dir halt das Video an. Ich kann doch jetzt nicht alles wiedergeben, was der Schein hat. Irgendein Beispiel. Ein säkularen Attentat. Ein säkularer Selbstmordattentat. Diese ganzen Tamilen-Attentate, die sollen ja auch diese Selbstmordweste erfunden haben, gelten als säkular. Im Libanon. Dann in der... Wieso sind die säkular? Ich dachte, das waren die höchsten. Es ging aber nicht, die waren Hindus, aber das heißt ja nicht, dass sie das machen, weil sie Hindus sind, sondern das machen sie, weil sie sich für Tamilen halten und da ihren eigenen Staat haben wollen. Sonst müssten ja auch jetzt sagen wir Stalin und Mao wieder als atheistische Terroristen... Ja, also jetzt können wir mal eins... Ich finde mal... Entschuldigung, aber ich finde, bevor wir irgendwas sozusagen... Selbstmordattentäter ist überhaupt nichts Neues und ich meine, der Pape, der hat sozusagen, der guckt auf die Selbstmordattentäter und sagt, das hat die und die Ursache. Okay, aber da muss man erst mal sagen, Selbstmordattentäter mit Sprengstoffweste, ganz klassisch, mag etwas Neues sein, aber wenn man den ganzen Begriff des Kriegers, des Soldaten, der sich quasi opfert für die Truppe, der heroisch sich sozusagen dem Gegner in die Presse schlägt und dann schaut, dann stirbt er sich für alle anderen, für seine Kameraden etc. Das ist ein ganz altes, wahrscheinlich... Nee, das lasse ich auch nicht gelten. Also der Unterschied ist hier, dass der Krieger, der Krieger rechnet aber damit, dass er überlebt und der Personalteiter rechnet damit, dass er stirbt. Das ist nicht richtig. Typischerweise greift ein Krieger auch nicht Zivilisten an. Das ist alles auch nicht richtig. Also das ist, das sind alles sozusagen Idealvorstellungen, die erhegt, aber das ist alles grau. Es ist nicht schwarz und weiß. Und ich meine, wir haben eine Heroisierung des selbstlosen Kriegers, der sich sozusagen mit dem Kampf für Vaterland fällt und das... Und dann ein Schulbus in die Luft springt. Das genau, das gab es auch schon. Ich meine, dass mit Freuden dann die Säuglinge gegen Felsen zerschmettern, das kann man doch in dem Alten Testament lesen. Oder dass die anderen alles unholde sind und so weiter. Das ist die Offenbarung. Ich bin schon der Meinung, dass wir uns so auf Dinge konzentrieren, die, sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren stattgefunden haben. Aber der Unterschied ist doch hier, wenn du jetzt die USA bist, dass du keine Selbstmordattentate brauchst, weil du halt die Überlegenheit hast. Und wenn du halt eine Truppe bist, die diese Möglichkeiten nicht hat, das ist doch ganz klar, dass Selbstmordattentate... Aber jetzt, Matthias, pass mal auf. Im Hollywood-Film, Entschuldigung, im Hollywood-Film, ja? Gibt es da keine Heroen, die sich dann, die sozusagen aufopfern, voll mit der Waffe dann irgendeinen Hügel erkämpfen und dann den Sieg ermöglichen und dabei sterben? Gibt es das nicht dort? Ja, danke. Du spielst mir doch, du gehst doch jetzt in meine Falle, du spielst mir doch jetzt in die Hände, weil du gerade zeigst, dass man diese Aufopferungsbereitschaft auch säkular erreichen kann, indem man die Leute entsprechend glorifiziert. Du weißt ja gar nicht, was meine These ist, weil du mich gar nicht ausreden lässt. Ach, du beschwerst dich heute auch ständig, aber gut, bitte. Okay, ja. Hast aber immer noch nicht an der Ketzerkasse-Regelung was gedreht. Also meine These ist, selbst mit Attentäten, mit Sprengstoffwesten und so weiter, sind eigentlich nur noch eine sozusagen eine Teilmethode, dass sozusagen Soldaten sterben müssen für die Truppe. Und das gab es schon immer. Sogar bei den Römern war das so, dass sie gesagt haben, wenn ihr nicht tapfer gekämpft habt, dann wird jeder Zehnte hingerichtet und dann kämpft ihr beim nächsten Mal tapferer. Und dass sozusagen Soldaten für den Rest der Truppe sterben müssen und sozusagen sich selbst aufopfern müssen für alle. Seitdem es Krieg gibt, ist das der Standard. Darüber müssen wir nicht reden. Das ist doch erstmal säkular. Ob säkular oder sonst was, geht eigentlich menschenübergreifend, ja. Und jetzt, das in eine säkulare oder islamistische Ecke zu schieben, ist jetzt eine andere Geschichte. Worüber wir aber jetzt reden, jetzt mit ein paar Riese-Attentätern, ist das neue Phänomen, dass du Leute rekrutieren kannst aus anderen Kulturen heraus. Das ist das, was neu ist. Du hast Leute, die... Das habe ich doch selber vorhin gesagt. Wie bitte? Das habe ich doch selber vorhin gesagt, dass ich das als Problem sehe, dass die Sache verschärft, dass du jetzt praktisch, du kannst einen nicht zum Araber machen oder zum Amerikaner oder zum Kurden, aber du kannst einen sehr einfach zum Moslem machen oder meinetwegen auch zum Christen. Die Gefahr sehe ich ja durchaus. Also einfach möchte ich erstmal bestreiten, dass es so einfach geht, dass du auf der falschen Webseite gelandet bist und du bist dann einer. Also einfach würde ich nicht sehen. Aber jetzt, was der Pape jetzt schreibt oder was der Pape mit seinem Vortrag macht, ist, dass er sagt, okay, Selbstmordantäter wird verursacht durch Besetzungen in irgendeinem Land. Das ist sozusagen die These, die ich jetzt rausgefiltert habe, aus dem, was du gemacht hast. Das ist der Mechanismus, der halt irgendwie in 95 Prozent der Fälle oder so erkennbar ist. Und da kann ich auch sagen, Regen verursacht Überschwemmung. Aber ich meine, das ist, es ist irgendwie, es gibt immer irgendwelche Besatzungen. Das ist das eine. Bei kriegerischen Auseinandersetzungen wird immer irgendwas von irgendwas besetzt. Und das andere ist, es wird immer irgendwelche Soldaten oder Krieger geben, die in Selbstmörderisch irgendwas tun werden. Das ist eigentlich eine Banalität, das jetzt zu verkaufen als tiefere Erkenntnis ist nicht sehr erklärend für das Ganze. Man müsste eher fragen, wieso opfern sich Menschen in Kriegen für andere? Warum machen die das? Oder man könnte auch in die Richtung fragen, gibt es irgendwelche Religionen, die das sozusagen erleichtern, die sozusagen diese Selbstaufopferung dann wahrscheinlicher machen, und dass sie sagen, okay, ich bringe mich um und mache das einfach so. Und da könnte man dann quasi sagen, okay, das passiert dort und dort häufiger und dort weniger. Ich würde es noch nicht mal den Amerikanern davon freisprechen, aber ich sehe das eben nicht, wenn ich einen Selbstmordattentäter mit Pariser Fragen fragen könnte, nachdem sie in die Luft gesprengt hat. In Israel hat man es ja gemacht. Warum sprengt er euch in die Luft? Dann werden die nicht sagen, weil der islamische Staat gerade das und das macht, sondern die nehmen doch zum Beispiel den Attentat auf Charlie Hebdo. Das waren jetzt keine Selbstmordattentäter, aber die haben eigentlich auch schon damit gerechnet, dass sie nicht lebendig rauskommen. Und die haben das wegen der Mohammed-Kalkaturen gemacht und nicht, weil irgendein Land besetzt ist von irgendwas anderem. Okay, also da würde ich es jetzt nicht bestreiten lassen, aber das ist eben auch wieder ein Selbstmordattentat von vielen. Ja, eben. Es ist eines von vielen und wir leben eben sozusagen in einem Graubereich, wo sicherlich gibt es die Fälle, wo man sagt, ein Land wird besetzt und die einzige Methode, die sie haben, sind Selbstmordattentate. Es gibt aber auch zum Beispiel Buddhisten, die sich einfach so auf der Straße verbrennen, die eben nicht andere mit in den Tod reißen, sondern einfach nur sich selbst umbringen. Und das ist... Ja, das stimmt. Das gab mal so eine Zeit. Ja. Oder Kurden, glaube ich. Bei den Buddhisten, ich würde mal vermuten, dass es da gegen China ging und hier, wo sind die Buddhisten? Hier der Dalai Lama, Tibet. Ja. Genau. Also haben wir wieder das Thema Besetzung. Das andere war vor zehn Jahren oder so, da haben sich mehrfach Kurden nur das Thema Besetzung, aber die Folge ist kein Selbstmordattentat, in dem Sinne, dass dieser buddhistische Mönch andere mit in den Tod reißt. Richtig. Aber der Punkt ist doch, du willst einen Effekt erzielen. Und die Leute waren bereit. Matthias, das hat doch keinen Sinn. Du fängst schon wieder an, so extrem stark zu immunisieren. Du wirst irgendwo irgendeine Besetzung finden, in irgendeiner Form und jetzt muss es noch nicht mal mehr ein Selbstmordattentat sein, jetzt reicht schon eine Selbstverbrennung oder so. Die Theorie ist einfach nur weich. Ich will ja nur deutlich machen, alle Einwände, die von euch kommen, die sind vorab schon behandelt worden. Jetzt kann ich das natürlich nicht so strukturiert wiedergeben, sonst beschwert sich Christian wieder. Auch ja, mein Ding zurecht. Aber dann müsstet ihr das Buch tatsächlich mal lesen. Und euch vielleicht nicht nur auf mich verlassen, der das hier versucht, wiederzugehen. Also zunächst einmal müssen wir die Kriterien viel strenger sehen. Was wollen wir eigentlich beschreiben als Phänomen? Und das Phänomen ist der Selbstmordattentat an Zivilisten. Also Christian hat ja schon dargelegt, wenn sich Soldaten jetzt zum Beispiel in die Luft sprengen, um die Kameraden zu schützen, um, sagen wir mal, die Brücke vor den Feinden zu retten, dann qualifiziert sich das alles zum Beispiel nicht. und das Nächste ist, unter der Annahme, dass da irgendwas besetzt wird, wie hoch ist die, also da muss man jetzt sozusagen biasartig argumentieren, inwieweit ist das ein gutes Erklärungsmodell, also wie tauglich ist das für eine Vorhersage, ob es da jetzt einen Attentat geben wird. Und meine Güte, irgendwo wird immer irgendwie alles besetzt. Und dann, wenn du dann auch noch das immunisierst und sagst, okay, diejenigen, die das nicht machen, die haben halt andere Möglichkeiten, dann ist das einfach eine so schwache These, dass sie einfach nicht mehr widerlegbar wird. Also da muss ich aber sagen, dass du dich immunisierst. Wenn du einfach so mal in den Raum wirfst, irgendwo findet sich immer eine Besetzung, dann bist du derjenige, der sich immunisiert. Und es gibt halt eine Handvoll von Kampagnen. Bitte, also ich mag nicht, wenn man mir Worte in den Mund legt, also Strom in der Baut. Du hast doch gerade gesagt, dass ich immer irgendwo eine Besatzung finde. Das betrachte ich als Immunisierung. Pape findet irgendwo eine Besatzung. Du findest irgendwo eine Besatzung. Nein. Aber sicher. Ich finde die These auch ziemlich schwammig. Du hast doch gar nicht gelesen, was er macht. Es gibt da eine Handvoll Kampagnen, Selbstmordkampagnen, die, sagen wir mal, dauerhaft angehen. Und wo, das möchte ich noch dazu sagen, auch das Timing praktisch korrespondiert mit dem Verhalten, das bekämpft werden soll. Wenn dem nachgegeben wird, dann geht das zurück und so weiter. Also pass auf, Matthias, ich gebe dir mal einen Punkt recht. Und zwar um einen ganz dediziert und einen ganz eingeschränkten Punkt. Selbstmordkampagnen oder Selbstmordantate sind quasi ein militärisches Mittel, das in bestimmten Kriegen eingesetzt wird oder auch in bestimmten Bürgerkriegen. Und man braucht dafür, dass man macht einen Selbstmordantat nicht aus der hohlen Hand. Man muss dazu eben Sprengstoff haben, die Westen, die Zündung, die mitunter auch eine Fernzündung ist, dass die Leute gar nicht selbst einen Auslöser in der Hand haben. Das ist alles etwas, was für mich genauso als militärischer Aspekt zu sehen muss. Da werden Soldaten einfach eingesetzt, so wie andere zum Beispiel Fallschirmspringer irgendwo abspringen lassen und hinter den feindlichen Truppen dann, und die wissen, so und so viel Prozent werden da höchstens überleben, allerhöchstens und vielleicht verlieren wir auch alle. Aber das ist sozusagen von grünen Tisch aus verhandelt, wird gesagt, okay, wir setzen die Soldaten jetzt so und so ein und die werden entsprechend trainiert, dass wir eben dieses militärische Mittel einsetzen können. Und ich glaube, auf diesem Niveau argumentiert auf PAPE, dass er sagt, hier, das ist ein militärisches Mittel, das wurde hier erfunden, hier wurde es erprobt, hier wurde es verfeindert und hier wird es eingesetzt. Okay, darüber können wir uns einigen, oder? Ja. Gut. Jetzt, ich denke mal, ab dann, zumindest in der Form, wie du es jetzt kommuniziert hast, vergaloppiert er sich etwas, indem er sagt, okay, das muss immer mit einer Besetzung im Zusammenhang stehen. Militärische Mittel haben eigentlich wenig zu tun mit dem Grund eines Konfliktes, sondern meistens mit der Art. Das heißt, wie kann man nicht ein militärisches Mittel einsetzen? Jetzt kann ich, jetzt ist das Paradoxisch, dass zum Beispiel gegen Drohnenangriffe funktionieren, selbst mit Attentäter in einem anderen Land. Und das kann man sehen, okay, das ist militärisches Mittel. Jetzt kann man sich fragen, ist der Anschlag in Paris, den wir jetzt haben, ist der entweder Ausdruck einer militärischen Operation des islamischen Staates in Frankreich, als sozusagen einfach nur eine Militäroperation im Ausland, so wie es auch der Staatspräsident Hollande vermutet und deswegen auch sofort Gegenmaßnahmen in Syrien einleitet? oder ist das sozusagen die Tat von einer Zelle, einer Terrororganisation, die vom islamischen Staat unterstützt worden ist und die einfach gesagt hat, macht mal, das finden wir ganz toll, aber eigentlich hilft uns das nicht. Das ist so eine Frage, die man stellen könnte. Und jetzt würde PAPE sagen, nein, der zweite Fall kann nicht sein, es muss der erste Fall sein, das ist eine Operation, die quasi von den sunnitischen Generälen dort ausgedacht worden ist. Nein, das ist ja erst mal kein Widerspruch. Du hast ja selber vorhin beim Thema Mohammed Atta und 9-11 gesagt, da findet sich eine Truppe und die bietet sich das an, das ist dann quasi eine Win-Win-Situation. Ja, weil 9-11 war eben keine militärische Operation. Das war keine militärische Operation. Wieso nicht? Also, wieso wäre jetzt 9-11 keine militärische Operation und in Paris wäre das in Frage gekommen? Wo ist da der grundsätzliche Unterschied? Wenn 9-11 darum ging, die Amerikaner von der arabischen Halbinsel zu vertreiben und die Franzosen hatten sich doch jetzt gerade in den Kampf gegen den IS eingemischt. Da passt doch das Timing wieder. Nein, das ist einfach, militärische Operation definiert sich einfach dadurch, dass das Militär das macht. Dass du Militärs hast. Das ist ja nun offensichtlich bei Selbstmordattentaten nicht der Fall. Das hatten wir ja gerade so definiert. Nein, das ist nicht ganz klar. So definiert PAPS das ja auch. Wir haben doch eben gesagt, dass Selbstmordattentäter als militärische Maßnahme eingesetzt werden können. Es können Einzeltaten sein, Leute, die sich selbst in die Luft sprengen. Ja. Es kann aber auch Teil einer militärischen Kampagne sein. Ja, das ist jetzt die Frage, wie man natürlich militär definiert. Also, letztlich wirst du ein Ziel erreicht. Eine militärische Operation definiert sich dadurch, dass du eine Befehlsstruktur hast. Du hast Offiziere, du hast Generäle und die Befehlsstruktur geht von oben nach unten. Das ist sozusagen eine militärische Organisation. Es gibt ja diese Generäle, die sozusagen bei Huseim gekämpft haben und jetzt bei Bagdad, die immer noch aktiv sind und eben halt in den islamischen Staat da unten halt Operationen durchführen. So haben die ja auch Großstädte erobert, wie Mosul. Das lässt sich ja nicht leugnen. Die gibt es. Und jetzt kann man fragen, ist dieser Anschlag eben, geht die zurück auf, quasi auf so einen Befehl. Hier, pass auf, wir machen jetzt den und den Anschlag und ihr seid die Soldaten, ihr macht das. Das wäre eine militärische Operation. Oder war das so, dass die Leute da oben gesagt haben, wir wollen unbedingt was tun. Gebt uns mal Waffen und wir machen irgendwas. Und ihr werdet schon sehen, was rauskommt. Das wäre keine militärische Operation. Das Timing spricht doch durchaus für die Einbettung in so eine militärische, also ich habe etwas widerstreben, das jetzt militärisch zu nennen, aber jedenfalls vom Effekt her, dass es genau der Strategie des IS dient, dass Frankreich sich jetzt überlegen kann, wollen wir weiter gegen den IS kämpfen oder wollen wir uns da raushalten, damit es keine weiteren Attentate gibt. So, ob das jetzt funktioniert, ist ja eine andere Frage, aber das passt genau, das passt wieder genau in dieses Pape-Schema rein. Und die haben das ja auch gesagt, hatte ich doch schon irgendwo auf dem AMB gepostet, die sagen, ja, ja, jetzt streichen wir einfach das wieder. Entschuldigung, wenn ihr jetzt einfach nicht wiedergesagt, hätte das denn, wären wir einer Meinung? Ich weiß jetzt nicht, wo ich wiedergesagt habe. Weil wenn wir sagen würden, das passt in das Pape-Schema hinein, dann könnten wir sagen, okay, wenn es das tatsächlich ist und das muss noch erwiesen werden, dann könnte man sagen, das gehorcht diesem Schema, das sich der Pape ausgedacht hat. Aber es gibt andere Anschläge, meiner Ansicht nach, die passen überhaupt nicht rein. Beispiel? Ja, die Pariser Attentate fallen da auch nicht rein. Der IS wird, wenn der IS nicht will, dass Frankreich da militärisch sich engagiert, dann ist das absoluter Wahnsinn. Das ist doch vollkommen logisch und klar, dass Frankreich sich jetzt viel stärker engagieren wird. Naja, wie gesagt, bisher haben Selbstnordkampagnen häufig ihr Ziel erreicht und im Zweifel probiert man das halt aus. Und wenn du jetzt natürlich noch ein paar Leute an der Hand hast, die betteln, oh bitte, bitte, lass mich hier mal einen Attentat veröffentlichen, dann fällt die Wahl vielleicht etwas leichter. Und was ist, wenn die ein ganz anderes Ziel hatten, der islamische Staat? Beispielsweise? Ja, kann ich dir genau sagen. Also du hast ja das Manifest des islamischen Staates, da steht ja drin, was die... Ja, die wollen ein Kalifat errichten und sie wollen vor allem neue... Ja, und sie wollen werben. Sie haben jetzt praktisch Terror-Franchise und sie wollen möglichst viele Leute rekrutieren. Ja. Und ich fürchte, dass... Weil die ihr Ziel auf diese Weise erreichen können. Das ist etwas, was der viel bessere Motivation ist für die Anschläge in Paris, als irgendwelche Gegenreaktionen zu provozieren oder das als militärische Operation zu sehen. Denn für uns ist das erstmal nicht klar, warum das für irgendwas eine Werbung sein soll. Aber wenn man jetzt ein jemand ist, der radikalisiert ist und sagt, ich möchte irgendwas tun für den weltweiten Dschihad und ich möchte kämpfen, dann schließt man sich nicht in eine Terrororganisation an, von der man praktisch nichts weiß, die vielleicht man mit Wikipedia ergoogeln kann, sondern man geht dann immer sozusagen zur besten Truppe. Zu der, die am meisten macht, die am meisten Tote hat, die am meisten bewirkt. Und darin liegt sozusagen jetzt hier... Die Motivation, solche Anschläge durchzuführen, ist nach dem Motto, je mehr Badass, desto attraktiver wird man genau für diese Klientel. Und die sagen dann, die überlegen sich, gehe ich zu Al-Qaeda oder gehe ich zum islamischen Staat? Das ist deren Frage. Und Al-Qaeda macht momentan nichts, was man hier im Westen so mitkriegt. Und die machen zwar Anschläge, aber die haben offensichtlich die schlechtere Presse. Und der islamische Staat macht mehr. Also gehen sie zum islamischen Staat. Und das ist eine viel größere Erklärung für das, was dort passiert ist, als zu sagen, das ist Teil einer militärischen Operation, weil der Backlash wird ja enorm sein. Und ist auch enorm. Die haben jetzt eine Koalition gegen sich. Das hatten sie vorher eigentlich nicht. Vorher konnten sie sich durch die Ecke lavieren irgendwie. Weil die Russen haben mit Assad andere Interessen als die Amerikaner. Und die Türken haben hier. Und die Kurden haben hier Interessen. Und die konnten irgendwie in der Nische sich dann einnisten. Und das zeigt doch, dass deren Hauptmotivation die Verbreitung der Ideologie ist und nicht irgendwie das Räumen von irgendwelchen Besatzungsmächten. Logisch wäre, wenn Selbstmordattentäter sich dann einen Sprengstoffgürtel umbinden und dann irgendwo in Syrien sich auf syrische Regierungstruppen oder von mir aus sogar auch französische Soldaten oder wer auch immer, der jetzt gerade den IS bekämpft, vielleicht auf kurdische Widerstandskämpfer, wenn die sich da werfen, das wäre eine militärische Operation, die direkt gegen vermeintliche Besatzer ist. Der Unterschied ist jetzt, dass wir es hier mit Terroristen zu tun haben, die sich aus dem Heimatland rekrutieren, in dem Heimatland sich in die Luft sprengen und dafür sorgen werden, dass da halt neue Terroristen, neue Salafisten sich sozusagen rekrutieren. Hier würde, also wir können das Thema jetzt abschließen, beinahe. Denn ich denke, wir haben jetzt die Meinung ausgetauscht. Es gibt noch einen Punkt, der wurde jetzt hier in den Kommentaren geäußert. Und zwar, vielleicht ist es auch eine Falle. Die wollen, dass westliche Soldaten unten eingreifen können, damit sie die vor Ort dann bekämpfen können. Dass sozusagen die Soldaten dann dort sind und das Ganze provoziert wird. Das kann natürlich alles sein. Deswegen ist es ja auch erhellend, wenn man sich mal alle Selbstmordattentate anguckt und jetzt nicht immer nur auf den IS, weil der gerade da der Vorreiter quasi ist. Ich habe noch zwei Punkte. Dass die Religion sich natürlich gut eignet, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Das heißt aber nicht, dass der Grund nicht trotzdem anderer sein kann. Denn ihr müsstet ja jetzt praktisch zeigen, dass es irgendwo, sagen wir mal, eine islamistische Selbstmordkampagne gäbe, ohne dass dieses Homeland-Motiv da wäre. Könnt ihr ja mal suchen. Der andere Punkt, und dann mache ich auch von meiner Seite aus Schluss. Denn wie gesagt, wir brauchen das Thema ja jetzt nicht zu, sagen wir mal, dass wir alle einer Meinung sind, sondern mir ging es ja nur darauf, darauf mal hinzuweisen. Mir erschien das plausibel. Ich bin ja genau von der Seite gekommen, von der ihr auch kamt, und wollte das ja auch erst nicht glauben. Und ich hatte auch kein Problem, mich wieder zurückkonvertieren zu lassen. Momentan finde ich das nur wieder, nur am überzeugendsten. Der letzte Punkt, den ich noch bringen wollte, das war mir vorhin entfallen. In diesem Video von Robert Pape zeigt er, dass das wohl effektivste Rekrutierungsvideo von Al-Qaida, das ist ein Typ, auch wie so ein Fusselbart, mit so einem Handtuch auf dem Kopf, von 2006, der spricht drei Minuten lang, und der sagt überhaupt nichts über den Islam, sondern nur darüber, wie die Amerikaner da schlimme Dinge machen, mit Muslimen. Ja, mit Muslimen. Aber der hat halt tatsächlich diese Motive, von denen Pape spricht, und der Islam taucht dann nicht auf, also jetzt als Motivierung, höchstens so als In-Grupp. Aber Entschuldigung, aber wie kommt er zu der Aussage, dass das das erfolgreichste Rekrutierungsvideo ist? Das weiß er irgendwoher, woher er das jetzt weiß. Aus dem Arsch hat er sich das gezogen. Aus dem Arsch, sag ich dir. Das ist genau so eine Art von Dokumentation. Er weiß es aber sicher besser als du, Christian. Woher hast du denn jetzt deine Info, dass er sich das aus dem Arsch gezogen hat? Ja eben, das kann ich einfach so behaupten, denn was du einfach so grundlos behauptest, das kann ich auch grundlos widerlegen. Und das ist genau das, was... Ich kann doch hier nur wiedergeben, was der gute Mann sagt. Und er erscheint nach allem, was ich nachprüfen kann, ein... Ja, aber wenn wir uns mal anschauen, all diese IS-Kämpfer, und die fragt, was waren ihre Motivationen? Wie seid ihr denn dazu gekommen, nach unten zu kämpfen? Und was war eure... Dann ist der Einstiegspunkt immer gewesen, dass sie zuerst zum Islam konvertiert sind und dann sich dann weiter radikalisiert worden und dann irgendwann gefragt haben, was kann ich denn tun, um etwas für den Islam zu machen? Das sind sozusagen... Ich habe mindestens ein Dutzend von diesen Interviews gesehen und von diesen Berichten gelesen, wo das genau diesen Weg immer gegangen ist. Ich habe in keinem einzigen gelesen, dass irgendein Muslim sich hier darüber empört hat, oh furchtbar, die Amerikaner sind im Irak, jetzt muss ich runtergehen und kämpfen. Okay, Islam nehme ich mit. Das ist halt etwas, was ich sowieso schon habe. Und das widerspricht völlig dem, was der Papst sagt. Und deswegen kann mich nur darüber verwundern, dass er jetzt behauptet, dass das das erfolgreichste Missionierungsvideo gewesen sein soll, wo ich also im Internet auch schon hunderte von Videos angeschaut habe, von erstmal den sozusagen den sanften Islamisten, den Salafisten, die noch nicht mal auf der Seite des Tihad steht. Der Pia Vogel hat sich ja davon distanziert, ob das jetzt stimmt oder nicht, ist eine andere Sache. Und dann bis zu den radikalen Predigern, da ging es dann immer um die Sache Allahs. Damit hat man die Leute hier geködert. Vielleicht muss man damit keinen ködern in Syrien. Es kann ja sein, dass sie sagen, okay, ich kämpfe gegen Amerikaner, weil die das Haus meiner Eltern weggebombt haben. Das ist eine andere Motivation, das zu machen. Also da wäre es wesentlich plausibler, wenn die gegen das syrische Regime kämpfen. Ja, oder gegen das syrische Regime. Oder das sind die Einzigen, die noch was tun. Das ist eine andere Motivation, könnte ich mir vorstellen, von Leuten, die vor Ort sind. Aber von den Leuten, die hierher kommen, habe ich noch keinen gesehen, der gesagt hat, ich mache das wegen der Besatzung von irgendwas. Und deswegen wundert mich das. Woher kriegt er seine Fakten? Und er ist ja irgendwie noch viel weiter weg davon als wir. Und dann könnte ich mir auch noch vorstellen, dass Papa in die Falle läuft, dass er sozusagen versucht, alle Selbstmordattentate über einen Kamm zu scheren und dann sozusagen den gemeinsamen Nenner rauszufinden versucht, um dann halt so ein butterweiches Kriterium rauszufinden, wie mit der Besatzung, was eben für die Vorhersage von potenziellen Antätern vollkommen nutzlos ist. Aber das hat Christian doch auch gerade gemacht, wenn er sagt, er hat da ganz viele Interviews sich angeschaut und ganz viele Videos. Und jetzt erklärt er das so. Und Christian ist doch im Zweifel more biased als Pape, weil Pape sich systematisch alles anguckt. Und Christian jetzt wahrscheinlich auch nur, was in der letzten Zeit so. Und wer hat sich denn vor uns schon mit dem Libanon oder mit Tamilentigern befasst? Oder hier, was die in der Ukraine da machen? Ja, es ist nun mal ein Fakt, dass jetzt gerade der islamische Staat hier Selbstmordattentate verübt. Ja, jetzt gerade. Aber umso interessanter ist es doch mal, auch noch andere Kampagnen anzuschauen. Aber wenn es für dieses Beispiel schon nicht stimmt. Ja. Das ist auch das Problem. Wenn es jetzt hier quasi, vielleicht stimmt es ja irgendwo anders. Mag ja sein, aber das ist eigentlich nicht, der medische Rebellen ist etwas, was mich momentan überhaupt nicht umtreibt. Und ich wäre eigentlich lieber, das Erklärungsmodell zu haben für das, was uns jetzt hier betrifft, als ein Erklärungsmodell, das die Welt erklärt, aber hier vielleicht ausnahmsweise nicht so ganz zutrifft. Es scheint ja zuzutreffen, nur ihr bestreitet es. Und zwar, wie gesagt, ich würde mich ja gerne dem anschließen und wieder aus vollem Herzen nur über die Religion ketzern. Was ich auch gerne weiter machen will. Ich würde aber auch gerne die Selbstmordattentate behindern. Und da, glaube ich, muss man auf die tatsächliche Ursache zukommen. Sobald ihr mir zeigt, dass es irgendwo selbst, also nachhaltige Selbstmordkampagnen nicht nur irgendwo mal einen Spinner gibt, die ohne dieses Homeland-Motiv funktionieren, ja, dann habt ihr mich vielleicht wieder auf eurer Seite und dann werde ich nächsten Ketzer-Podcast dann offiziell hier in Sack und Asche ketzern und so einen Widerruf machen. Da gibt es auch so einen speziellen Ich habe ja schon gesagt, dass das Homeland-Kriterium nutzlos ist, weil du immer irgendein Homeland-Kriterium finden wirst. Irgendwo gibt es Moslems, die, oder von mir aus auch Buddhisten, die... Dann geh doch durch Papes Datenbank mit den Kampagnen und zeig mir eine Kampagne, Ich habe doch schon gesagt, dass es nutzlos ist. Ohne die Datenbank zu kennen. Es ist so schwammig, dass es nicht mehr falsch ist versus deinen Kinder-Effekt. Ja, genau. It is not even wrong. Es ist nutzlos. Du wirst immer irgendwo einen Homeland-Motiv finden. Ketzert ihr mal weiter. Ich rufe jetzt meine Kindle-Version auf. Wie, 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 Matthias. Hm? Matthias, dann, bevor du das machst, wie würdest du diese These widerlegen? Ich sage euch einfach die konkreten Kampagnen. Beantworte mal auf die Frage, bitte, Matthias. Beantworte diese Frage. Beantworte diese Frage. Ich brauche die Frage nicht zu beantworten, weil die Kampagnen, die es gibt, so klar sind. Dann ist deine Hypothese nicht falsifizierbar. Ich sage dir jetzt mal, wie man meine Hypothese hat. Nimm zum Beispiel die Loser-Hypothese. Wenn sich jetzt plötzlich rausstellen würde, oder von mir aus mit dem Islam, wenn sich jetzt plötzlich eine Welle von katholischen oder kommunistischen Selbstmordartentätern formiert die oder RAF-Kämpfer oder so, die jetzt in großer Zahl Selbstmordattentate machen. Dann würde ich sagen, okay, das widerspricht eigentlich der Ideologie. Also gerade bei Kottoliken würde das der Ideologie widersprechen. Dann würde ich sagen, okay, du kannst offensichtlich die Leute ideologisch aufladen, unabhängig von, oder zum Selbstmorddrillen, unabhängig von der Ideologie. dann wäre das, ja, vielleicht nicht falsifizierbar, also es wäre unwahrscheinlich, dass diese Hypothese dann noch eine große Rolle spielt. So, also, widerlege ich, dass das Homeland-Motiv keine Rolle spielen könnte. Wie würdest du das widerlegen? Also erst mal, habt ihr ja selber vorhin die Kamikaze-Flieger angesprochen. Und da, die Kamikaze haben erst praktisch angefangen mit ihren Kampagnen, als die Amerikaner, droht die japanische in der Verfassung. Du hast nicht verstanden, was ich gesagt habe. Du hast absolut nicht verstanden, was ich gesagt habe. Wenn du als Beispiel die Kamikaze-Flieger nehmen wolltest, du bist gerade wieder dabei, deinen Punkt, die Hypothese zu belegen. Was hätten Kamikaze-Flieger machen müssen, dass das Homeland-Motiv nicht, was hätten Kamikaze-Piloten machen müssen, um das Homeland-Motiv zu widerlegen? Habe ich doch vorhin gesagt. Ich habe euch mehrfach gesagt, wenn ihr mir eine Kampagne zeigt, wo das Homeland-Motiv nicht der Fall ist, und dann sagt ihr einfach nur, das findet man immer. Ich habe dir schon so oft erklärt, dass das irrelevant ist. Ich kann dir doch nicht sagen, wie kann ich dir das denn jetzt noch erklären? Ich kann dir doch nicht sagen, das ist der Punkt, wie du mich widerlegen kannst, und dann sagst du, ja, das geht nie. Ohne die Daten zu kennen. Das ist doch genau der Punkt. Die Hypothese, die Pape nennt, ist nicht widerlegbar. Weil du immer irgendwo ein Homeland-Motiv auf jeden Fall finden wirst. Also dann, da brauchen wir nicht weiter drüber zu diskutieren. Wie gesagt, es fällt mir jetzt leider schwer, die Tabelle zu finden, weil das Buch fucking dick ist und ich es nicht durchblättern kann, weil ich es hier nur digital habe. Nee, warte. Ich habe es neulich wieder zurückgegeben. Matthias, du hast es eben nicht verstanden. Du hast einfach nicht verstanden, was Nico meint. Und Nico versteht nicht, was ich meine. Er kennt die Kampagnen nicht. Das sind keine an den Haaren herbeigezogenen Kampagnen. Trotzdem behauptet er einfach, ohne irgendwas zu wissen, dass sich immer was findet. So kann man nicht diskutieren. Er müsste dann schon gucken, wie diese scheiß Tabelle ist. Und die finde ich nicht, weil das Buch so dick ist. Wir brauchen die Tabelle nicht. Wir brauchen... Da, weil ihr euch immunisiert. Nein, du... Es geht um den folgenden Punkt, ja. Pape hat eine These, ja. Und diese These ist wahr oder falsch. Okay? Hier würde ich sagen, er hat einen Erklärungsgehalt, der jetzt sicher vielleicht nicht 100% ist, aber... Ich kann auch 80% oder 20% oder was weiß ich. Richtig. So, jetzt bin ich wenigstens im richtigen Buch. Ich war vorhin noch im verkehrten Buch, deswegen die Tabelle auch nicht gefunden. Ah, hier sind sie. Jetzt mal keine Panik. Ganz ruhig, ganz ruhig. Und wir können das ja beim nächsten Mal beantworten, ja. Aber jetzt ist eine Hausaufgabe, ja. So, jetzt hat er eine These. Ja, und die These ist wahr oder falsch, ja. So, jetzt könnte es sein, dass die These falsch ist, ja. Nehmen wir mal, und die These wäre falsch. Wie könnte man denn zeigen, dass die These falsch ist? Also, was müsste man tun, um zu zeigen, dass Pape Unrecht hat? Oder was müssten wir tun, um dich zu überzeugen? Ja, ihr müsstet mir Kampagnen nennen, das müsst ihr die Tabelle kennen, wo es an den Haaren herbeigezogen wäre, dass es um dieses Homeland geht. Und jetzt habe ich die Tabelle hier und jetzt kann ich euch ja mal vorlesen. Moment, Moment, Moment. Und jetzt hat Nico gesagt, um das zu finden, müssten wir quasi eine sozusagen Kampagnen haben, also Kriege haben, in denen es nicht um Besetzung geht. Selbstmordkampagnen. Nein. Ihr müsst mit Kampagnen meine ich Selbstmordkampagnen. Nein, nein, nein. Oder irgendwelche Kampagnen. Von mir aus auch mit Selbstmords. Das ist egal. Erstmal Kampagnen. Entschuldigung. Wir brauchen Kampagnen. Selbstmordkampagnen. Wo Besatzung keine Rolle spielt. Genau, richtig. Kampagnen mit orchestrierten Selbstmordattentaten. Also jetzt nicht nur einer. Nein, nein, nein. Erstmal nur Kampagnen ohne. Also einfach nur Kampagnen. Warte, ihr müsst mir schon überlassen, dass ich euch sage, wie ihr die These widerlegen könnt. Und wir reden um Selbstmordattentate. Und zwar welche, die systematisch auftreten und nicht wo sich irgendein Spinner mal in die Luft sprengt. Also unsere Zuhörer langweilen sich. Ja. So, aber jetzt nehme ich das noch kurz vor. Es gibt hier Kampagnen, 18 Kampagnen. Hilfe. Das ist bis... Aber du verstehst uns nicht. Du kannst doch nicht irgendwas anfangen vorzulesen. Ich meine, ich komme mir vor, als ob ich mit jemandem über die Bibel rede, die richtig ist, weil es in der Bibel steht. So, ja, dann... Was kann ich denn tun? Dann verstehe ich es auch nicht. Was kann ich denn tun, um zu zeigen, dass die Bibel falsch ist? Und sage, das geht nicht. In der Bibel steht, dass es richtig ist. Pass mal auf, ich lese mal hier vor, aus folgender Tabelle. Und zwar hier, erstens, alles sind Nahrung, die nicht an die Bibel glauben. Da, zack. Das ist doch jetzt unnötig. Und zweitens, und zweitens gibt es überhaupt nichts, was für die Bibel, was gegen die Bibel spricht. Und zwar hier, Gott schief Himmel und Erde. Das muss hier alles erklärt werden dadurch. Das geht nicht anders. Darf ich jetzt die Tabelle? Nein, du darfst es nicht vorlesen, weil du unsere Frage nicht verstehst. Du denkst jetzt eine Woche oder fünf Wochen drüber nach, was wir dich gefragt haben und dann reden wir weiter. Nächstes Thema. Das ist doch absoluter Bullshit. Ihr behauptet, Du bist Bullshit. Du bist Bullshit. Denk mal über das Wort oder die Aufzeichnung an und denk drüber nach, was wir dir gesagt haben. Da müsste ich mir den kleinen Kram ja nochmal anhören. Ja, eben. Da müsstest du drüber nachdenken. Also, ich lese jetzt die Tabelle vor. Du liest nicht vor. Hezbollah, Hezbollah, Tamilentiger, 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 Hamas, Hamas, Sigs in India, Hamas, Hamas, PKK, PKK, Tamilentiger, Al-Qaida, Tschetschenien, Kaschmir, irgendwas mit Israel, Irak. Das sind alles Punkte, wo die Besatzungsthematik offensichtlich ist. Und damit beende ich jetzt meinen Beitrag. Dafür bin ich jetzt aber auch der Oberketzer, weil ich innerhalb des Ketzer-Podcasts noch mehr Ketzer als ihr, obwohl es geht ja nicht gegen die Religion bei mir. Egal. Es war insofern eine interessante, logische Diskussion, muss ich sagen. Meine Kollegen immunisieren sich. Schlimm. Ja, immunisieren als das neue Schimpfwort. Das funktioniert. Du immunisierst dich. Nein, ich immunisiere nicht. Du immunisierst dich. Das ist so die neue Nazi-Keule unter Ketzern. Genau. Das hat total immunisiert. Gut, ich glaube, unsere Hörer sind ja auch mittlerweile ziemlich immun. Lass sie mal wieder einfangen, falls noch welche da sind. Es sind noch ein, zwei oder sind da noch. Ich frage jetzt nicht, ob ihr noch was habt. Die lachen sich, weil die halten sich den Bauch. Die haben mir gesagt, einer hat geschrieben, ziemlich gereizte Atmosphäre hier. Ich habe mir immer gewünscht, dass wir Ketzer mal nicht einer Meinung sind. Na bitte. Ich hatte mir mehr gehofft, dass einer von euch der verkehrten Meinung ist und nicht ich. Es darf nur nicht dazu kommen, dass Andreas Finke das hier hört. Ja, und ich dachte, das ist jetzt katholisch. So weit kommt es noch. Weil du so nett warst zu dem von Stosch. Nur so kann man ihm ja die Insider-Informationen entlocken. Ja, ich habe dich auch insofern gelupft für deine Nettigkeit. Also es gab da Kritikpunkte dazu. Ja, ja. Worüber reden wir jetzt? Also hier käme jetzt Colorado Springs, war der Täter Christ. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Cat 220 Gottlose Gedanken zum Leben.